Hey Freunde, kommen wir zum NoSuite Summer Auftrag. Entferne NoSuite Etiketten von zurückgelassenen Produkten. Insgesamt müssen wir da drei Etiketten entfernen. Das Ganze ist ein Zwei-Phasen-Auftrag. Wir machen den einmal kurz zusammen. Wie ihr hier auf der Karte seht, ist das Ganze wieder hier direkt unten beim Strand bzw. auf der Insel mit dem Rest von der Fundamentstatue. Wie ihr hier seht, wird uns das Ganze gleich direkt auf der Minimap angezeigt. So, sammeln wir das erste Etikett ein, laufen hier einfach am Strand weiter. Dann wird uns das zweite auch schon direkt angezeigt. Immer da, wo die weißen Ausrufezeichen sind. So, sammeln wir das zweite ein. Das dritte finden wir jetzt drüben auf der Insel. Dort laufen wir kurz einmal hin. Und zwar finden wir das Ganze hier auf der Rückseite von der Insel. Und zwar direkt hier hinter dem Felsen. Wie gesagt, wird euch alles immer angezeigt auf der Minimap. So, wir geben uns kurz hier hin. Dann haben wir das auch hier. Kurz einsammeln. Zack, dann haben wir drei. So, als nächstes sollen wir das Ganze entsorgen beim Mülleimer. Den Mülleimer selber haben wir dann auch direkt hier vorne. Und zwar hier direkt an der Palme. So, wie ihr seht, kurz rangehen, interagieren. Zack, und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.